Ja ihr Lieben, was soll ich sagen? Ich war wirklich schon mental darauf vorbereitet gewesen, dass ab jetzt eher so der neue Godzilla-Content kommt. Ja, es wird weiterhin auch Jurassic Park und eben auch Jurassic World-Content geben, vollkommen klar. Aber Godzilla ist ja aktuell das, was so im Mittelpunkt steht, was auch gerade ganz aktuell ist. Wir haben Godzilla Minus One bekommen, wir haben jetzt den ersten richtigen Trailer zu Godzilla and Kong bekommen und da gibt es ja auch massig Fragen. Das heißt, ich bin hier auf diesem Kanal aktuell damit beschäftigt, jetzt wirklich massenhaft Videos für euch zu produzieren, was Theorien von Godzilla and Kong betrifft, was Infos betrifft, was bestimmte Theorien zu Godzilla Minus One betrifft, wie das Ganze weitergehen könnte. Nebenbei habe ich glaube ich insgesamt jetzt noch vier Jurassic-Videos in der Pipeline für euch und ich dachte mir, okay, trotz allem kannst du dich jetzt ja ein bisschen mehr auf den Godzilla-Content fokussieren, denn darauf warten ja die Leute. Das ist ja auch gerade das aktuellste und bis jetzt Jurassic World Chaos Theory auf Netflix erscheint, habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Was ist jetzt immer passiert? Irgendwie auf den Zeitraum von gestern Nacht auf heute. Es ist wohl ein Trailer gedroppt worden zu einem neuen Jurassic Park Videospiel und ja, wirklich ein offiziell lizenziertes neues Jurassic Park Videospiel. Und ey, sogar wenn du da draußen sagst, boah, so Gaming ist eigentlich gar nicht mein Ding, bleib trotzdem dran, ich verspreche dir, es wird gleich sehr interessant werden. Ich habe mir den Trailer angeschaut, habe das Video mit meiner Live-Reaction mal für euch hier oben auf meinem Zweitkanal hochgeladen, guckt es euch gerne mal an. Wir sprechen jetzt aber hier über alles, was uns der Trailer verrät, was wir im Trailer gesehen haben und meine Theorien, was das jetzt wirklich zu bedeuten hat. Es wird wirklich sehr spannend, in diesem Sinne würde ich sagen, fangen wir an. Viel Spaß mit dem Video. Okay, der Titel des neuen Jurassic Park Videospiels lautet Jurassic Park Survival. Ich habe es glaube ich vorhin auch schon mal kurz erwähnt, Jurassic Park Survival ist der neue Titel dieses Ablegers und ich habe den Namen gelesen und habe mir da schon irgendwie gedacht, ah, keine Ahnung, das ist so wie Jurassic World Aftermath. So, da ist irgendwie ein Untertitel noch drunter gepackt worden und Jurassic World Aftermath ist ein sehr gutes Spiel, ist auch ein sehr gutes Jurassic World Spiel und ich kann es auch nur jedem empfehlen, da draußen das Gamer zu zocken, denn Jurassic World Aftermath ist ja offiziell Kanon, gehört in die Geschichte mit rein, allerdings bringt dieses Spiel die Geschichte nicht wirklich weiter, was okay ist. Das heißt, ihr müsst das Spiel nicht gespielt haben, um die Jurassic World Geschichte zu verstehen. Als wir damals live, wir haben jetzt glaube ich sogar schon zweimal live auf meinem Kanal, das Spiel durchgezockt, Jurassic World Aftermath und ich habe jedes Mal erwähnt, dass das Spiel wirklich Bock macht, aber wie geil wäre es denn gewesen, wenn es dieses Spiel geben würde, nur in real, also nicht in dieser Zeichentrick-Grafik, sondern mehr in der echten Grafik. Und jetzt heute über Nacht haben mir ein paar Leute von euch wirklich geschrieben, Tobi, aufwachen, es geht weiter, Jurassic Park, neues Announcement und ich dachte erst schon, oh okay, krass, neuer Film announced, irgendwie der nächste Jahresplan von Jurassic ist jetzt preisgegeben worden und guckt dann so drauf und denkt mir, nee, ist nur ein Spiel. Hab mir dann diesen Trailer angeschaut und ich bin unfassbar begeistert, was wir da gesehen haben. Es packt so ziemlich all unsere Gebete zusammen, fokussiert das und bringt uns jetzt wirklich ein Spiel davon raus. Wir kehren zum einen zurück zum Zeitpunkt von Jurassic Park in die 90er. Auch da hatten wir schon oft genug drüber gesprochen gehabt, dass wenn ihr ein Jurassic-Universum aufbaut, dann macht Jurassic World weiter. Klar, vollkommen klar, Jurassic World wird auch weitergehen. Die Story nach Dominion und ihr könnt auch gerne hier ein bisschen freidrehen. Ey, von mir aus könnt ihr in Zukunft auch Hybriden mit einbauen, die Flügel haben. Ist mir vollkommen wurscht. Wenn es mir nicht mehr passt, dann gebt mir aber die Chance, wieder zurückzugehen zum Ursprung. Gebt mir eben auch in eurem Jurassic-Universum Geschichten aus der Welt von Jurassic Park, aus den 90ern. Am besten eine Geschichte aus dem Jurassic Park, vielleicht von einem Mitarbeiter, der ja auch noch im Park selber gewesen ist. Das habe ich gesagt. Da habt ihr mir auch großteils mit zugestimmt. Ja, wäre eine geile Sache, führt Jurassic World weiter fort und eben auch geht nochmal zurück zum Jurassic Park. Dann sind wir uns auch alle, glaube ich, sehr einig gewesen, dass Jurassic Park The Game nicht nur eine coole Idee war für den Story-Strang, wo man quasi reingegangen ist, nämlich zwischen Jurassic Park und Jurassic Park 2, sondern viele haben auch noch gesagt, ja, wäre schön, wenn das Spiel Kanon wäre, weil die Story an sich auch ziemlich interessant ist. Jurassic Park The Game ist allerdings nicht Kanon. Das könnt ihr komplett rausnehmen. Ist ein sehr geiles Game. Kann ich auch jedem empfehlen. Hat mit der Geschichte aber nichts zu tun. Jurassic Park Survival hingegen nimmt sich jetzt auch diesen Aspekt und wir schlüpfen erneut in den Jurassic Park. Und zwar spielt das Spiel direkt nach dem Vorfall von Jurassic Park 1 aus 1993. Das Spiel setzt direkt nach dem Ingen-Vorfall an und wir schlüpfen in die Rolle einer jungen Frau, die auf der Insel gearbeitet hat, scheinbar irgendwie als, ähm, nicht als Wissenschaftlerin, die war scheinbar als Verhaltensforscherin für Dinosaurier auf der Insel, so wie ich das Ganze mitbekommen habe. Und die ist eben zurückgelassen worden. Und der Trailer zeigt uns jetzt, dass wir uns noch immer auf der Isla Nubla befinden. Wir sehen noch ganz kurz Dr. Alan Grant's Hut, der noch neben dem Auto liegt, was uns eben zeigen soll, ja, das Ding spielt wirklich kanonisch. Das Spiel ist offiziell Kanon. Spielt es nach Jurassic Park 1, also direkt danach. Wir sehen sehr viele cinematische Einstellungen, womit uns so die Engine ein bisschen näher gebracht werden soll. Und ganz ehrlich, die Engine, ey, total krass. Ich habe mir vor kurzem noch so einen Beitrag durchgelesen, dass wir die aktuelle Konsolengeneration oder auch, naja, auf dem PC, der ist ja schon immer so Next-Gen, aber sehr viele Spiele werden eben noch produziert, damit auch diejenigen, die Games noch zocken können, die vielleicht die älteren Generationen haben, die vielleicht auch noch einen Rechner haben, der noch nicht auf dem neuesten Stand ist. Sobald Spiele rauskommen, die nicht mehr für die Last-Gen da sind, werden wir uns umgucken. Da habe ich einen ganz großen Bericht drüber gelesen, was denn auch wirklich eine PS5 zum Beispiel für Leistungen erbringen kann. Das Game jetzt hier zeigt uns genau das mit diesem cinematischen Anfang, mit diesen cinematischen, ja schon fast fotorealistischen Bildern. Der Trailer fängt an mit der Isla Nubla. Und ich dachte mir am Anfang, okay, sehen wir jetzt hier gerade was aus dem Film, einen Ausschnitt, der einfach nur mit so einem Sephia-Filter quasi veraltert werden sollte, oder ist das gerade schon ein Spiel? Und dann zwitschen wir rüber zu dem Moment, wo wir dann das umgekippte Fahrzeug sehen vom Jurassic Park und der Regen runterkommt. Und da merken wir, okay, jetzt ist es auf jeden Fall ein Spiel. Nachher haben wir nochmal eine Einstellung mit unserer neuen Hauptfigur. Und ich dachte mir wieder ganz kurz, ich meine, ich habe sogar gelesen, dass die Schauspielerin, es gibt die wohl wirklich. Also die Figur, die wir jetzt hier spielen, ist wohl eine echte Schauspielerin. Trotz allem ist das ja eine animierte Variante von der Schauspielerin. Und es gab einen Moment, wo ich mir gedacht habe, nee, das ist doch gerade eine echte Cutscene. Nee, ist es nicht. Es ist alles komplett aus dem Rechner. Wir sehen hier quasi komplett eine Vorführung, die uns zeigen will, diese Engine kann so aussehen. Denn Jurassic Park macht jetzt das, was Resident Evil immer gemacht hat und protzt mit Grafik. Bei Resident Evil wurden wir auch nie enttäuscht im Endeffekt. Die Grafik wurde immer geliefert. Und auch hier sehen wir dann später noch Gameplay. Und am Anfang habe ich mir gedacht, wenn ihr jetzt kein Gameplay zeigt, bin ich davon nicht so sehr gehypt. Weil wie oft kennen wir das, dass irgendwelche cinematischen Trailer uns gezeigt werden und am Ende ist es dann nicht so wirklich das, was dann da gezeigt wurde. Oder im Endeffekt ein cinematischer Trailer, sehr wenig Aussagen für das, was das Gameplay oder eben das Spiel an sich später ausmachen wird. Allerdings haben wir hier das Gameplay gesehen und ich bin mir nicht sicher, ob ich da gehypt sein soll. Wenn das so aussieht später auf der Konsole, auf dem Rechner, wo auch immer, wird das mitunter das beste Jurassic Park Spiel aller Zeiten werden. Zu 100%. Warum sage ich, wenn es so umgesetzt wird? Ich habe immer noch diesen einen Tick im Hinterkopf. Da haben wir damals ein Alien-Spiel angekündigt bekommen. Ich kenne den Namen gar nicht mehr davon. Alien Alliance oder irgendwie sowas. Da wurde uns Gameplay gezeigt, wie das Spiel in echt aussieht, wenn wir das wirklich zocken mit Schatteneffekten, mit Lichteffekten. Und dann kam das Spiel raus und sah komplett kacke aus. Das war der einzige Fall, wo das wirklich so extrem passiert ist. Ich meine, es gibt noch andere Fälle, wo es so ähnlich aufgetaucht ist. Zum Beispiel auch in Cyberpunk, das eben einfach nur nicht fertig gewesen ist, das Spiel. Wenn das Spiel Jurassic Park Survival so aussieht, dann ist das wirklich Next-Gen auf einem ganz anderen Level. Es sieht unfassbar fotorealistisch aus. Es ist scheinbar, und das ist meine Vermutung, wir sind ja in der First Person, ist es ein bisschen angelehnt an das Gameplay von Jurassic World Aftermath. Also wir haben keine Waffen anscheinend. Wir müssen wirklich flüchten, deswegen auch Survival. Allerdings scheint mir das Spiel nicht diesen Hide-and-Seek-Aspekt zu haben. Also das Verstecken und Suchen, was wir in Jurassic World Aftermath viel zu lange hatten im Endeffekt. Hier geht es auch ein bisschen um Action. Wir sehen, wie der T-Rex die Frau jagt, wie sie wegrennen muss. Wir sehen, wie sie einen Schatten eines Dilophosaurus sieht. Wir sehen, wie der Dilophosaurus in die Küche kommt. Ganz interessante Sache später nochmal. Weil das Spiel spielt ja eben nach Jurassic Park 1. Das heißt, die gesamte Insel ist bereits frei mit Dinosauriern. Und jetzt können wir auch wieder Sets besuchen, die wir aus den Filmen schon kennen. Aber da eben auf andere Dinosaurier treffen. Weil die jetzt ja auch die Möglichkeit haben, in diese Räume reinzukommen. Finde ich eine ziemlich schöne Sache. Jetzt habe ich den Faden verloren, worauf ich eigentlich gerade hinaus wollte. Ach so, genau. Meine Theorie dahinter. Also es gibt natürlich verschiedene Theorien jetzt, wie das Spiel aufgebaut sein kann. Ich glaube nicht an ein Open-World-Spiel. Open-World fällt raus, glaube ich. Auch wenn es Survival heißt. Das wird kein Open-World-Spiel werden. Es wird entweder ein Game werden, das aufgebaut ist wie Jurassic World Aftermath. Das heißt, wir haben keine Cutscenes. Wir haben vielleicht immer... Wir sehen ja auch ganz kurz, wie unsere Protagonistin so am Telefon mit jemandem redet, dass wir immer nur diese Szenen haben. Oder aber... Und da glaube ich viel fester dran. Dieses Spiel hier wird ein relativ lineares Story-Game von Jurassic Park werden. Wir werden vielleicht hier und da die Möglichkeiten haben, auch ein bisschen eine Open-World zu besichtigen. Ich denke dabei immer so ein bisschen an eine Art Lego-Jurassic-World. So, da war ja die Welt auch relativ offen. Und trotz allem waren die Level dann doch sehr linear. Das wird uns auch hier erwarten, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Diese Geschichte wird uns auf jeden Fall erzählt. Es wird ein Story-Game werden. Wir werden hier sehr viel Geschichte, wir werden hier auch einige Cutscenes drin sehen, die uns das Jurassic-Universum erweitert. Ich glaube nicht, dass wir dieses Spiel spielen müssen, um die Geschichte später zu verstehen. Aber dieses Game wird sich szeniastisch total in die Filme eingeliedern. Es ist wirklich das erste offizielle, richtige, kanonische Spiel, was eben nicht so Zeichentrick ist wie jetzt Jurassic World Aftermath, was wie gesagt echt ein gutes Spiel ist. Was mir jetzt hier aber noch aufgefallen ist, im Spiel bekommen wir immer wieder verschiedene Orte gesehen, die wir schon kennen. Der Trailer spielt sehr stark mit Nostalgie. Wir sehen den Lophosaurus, wie er dann auch seinen Kragen aufmacht und kurz hinterm Baum herguckt, wie bei Dennis Nedry. Ist reiner Fanservice. Wir sehen die Küche, reiner Fanservice. Wir sehen den T-Rex und auf einmal zieht sie so eine Leuchtfackel raus. Rein. Vorsicht, was du sagst. Zieht sie so eine Leuchtfackel raus. Und ja, ist halt auch einer Fanservice, dass der T-Rex eben dann vor der Leuchtfackel steht. Und man kennt diesen ganzen Kram im Endeffekt ja. Allerdings wird uns hier, glaube ich, zwei oder dreimal, geht die Kamera sehr linear auf den Cold Room zu, in welchem ein Velociraptor eingesperrt ist. Dieser Cold Room ist nun offen. Und wir sehen zum Ende dieses Trailers, wie auch der Raum noch ein bisschen weiter aufgeht und wir hören auf einmal das Geräusch, ich sage immer das Schnurren, des Velociraptors, der in diesem Raum eingesperrt gewesen ist. Wisst ihr noch, wo wir Videos darüber gemacht haben, über die Theorie, was wurde aus den Velociraptoren, haben die jetzt überlebt oder nicht? Wir konnten uns alles zusammenspinnen. Hier bekommen wir die Antwort. Der Raptor lebt noch. Die Tür ist irgendwie aufgemacht worden, vielleicht vom Raptor selber oder auch von unserer Protagonistin. Und ich könnte wetten, dass dieser Raptor im Endeffekt dann doch das Riesenbiest möglicherweise ist. Und da haben wir auch schon Theorien zusammengesponnen, dass das Riesenbiest nicht der Raptor im Kühlschrank ist, weil das eben so sein kann und das eben so sein kann. Im Endeffekt könnte man jetzt allerdings hier die Geschichte wirklich so aufbauen, dass das Riesenbiest doch im Gefrierfach drin war, jetzt wieder rausgekommen ist. Das könnte so der Hauptgegner werden. Quasi dieser Raptor verfolgt uns die ganze Zeit in bestimmten Szenarien über die Insel. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ob man jetzt hier wieder eine Theorie rausholen kann, dass das Riesenbiest ja auch mit Blue verbandelt ist, glaube ich nicht. Ich glaube, sie werden Jurassic World hier komplett rauslassen. Sie werden dieses Spiel für die Jurassic Park Fans machen. Für uns, die das Feeling der Isla Nubla wiederhaben wollten. Das bekommen wir jetzt hier mit diesem Game auf jeden Fall wieder. Ich bin unfassbar gehypt drauf, dass wir jetzt wirklich so ein Game bekommen. Und so aus dem Nichts heraus. Ich hätte, ey, ich konnte mir das nicht vorstellen. Ich hätte wetten können, dass wir frühestens, wenn Jurassic das Universum wieder weitergeht, dass wir dann irgendwie ein Game bekommen. Aber auch nicht sowas Geiles. Also, Leute, ey. Ich weiß noch, wie damals einfach dieses Fanprojekt, dieses eine Jurassic-Fanprojekt gestartet wurde. Und das musste dann wieder eingestampft werden, weil Universal ja gesagt hat, nee, nee, mach das mal nicht. Das ist unsere Marke. Und wir machen gerade das etwas Ähnliches. Das wurde damals ja gesagt. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. In irgendeinem Video auf meinem Hauptkanal. Also, auf dem Kanal hier. Und jetzt erfahren wir das Ergebnis. Die haben daran gearbeitet. Das ist das Spiel, was sie jetzt bekommen. Wegen diesem Spiel jetzt hier wurde quasi das Fangame damals abgemahnt. Sie dürfen den Namen Jurassic Park nicht benutzen. Es kommt. Und wir wissen noch nicht wann. Dieses Jahr nicht mehr, logischerweise. Ich schätze mal nächstes Jahr. Vielleicht um Weihnachten rum. Wäre eine ganz praktische Zeit. Und ich bin bereit. Ich habe tierisch Bock drauf. Der einzige Nachteil hieran ist, dass der Announce von diesem Spiel jetzt so ein bisschen meine Freude auf Deathground geschmälert hat. Weil Deathground wird jetzt nur eine Überbrückung sein, bis das Game hier rauskommt. Und ja, ist eben so. Jetzt seid wie immer ihr gefragt, was denkt ihr dazu? Habt ihr den Trailer schon gesehen? Wenn nicht, schaut ihn euch auf jeden Fall an. Schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare unten rein. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.